ja leute 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 ich bin's wieder man sieht version 1.45 ist draußen von isaac der liebe Edmund hat es mitbekommen wie man das spiel flitscht und ja was daraus resultierte können sich die meisten von euch wahrscheinlich denken ich zeige es noch mal ja den raum will ich nicht wundervoll komm her bombe und ja ihr seht es ist gepatcht wir können kein halbes herz mehr ins minus gehen ja so schön der bug auch war geht nicht mehr ihr seid ab sofort wieder komplett sterblich ihr könnt euch auch nicht in the womp oder so wieder unsterblich machen ich wollte das nur kurz als kleinen reupload hochladen damit nicht einige von euch den immer noch probieren und das kommentars und das video spammen ich werde in dem video natürlich auch nochmal und in die video beschreibung schreiben dass es gepatcht ist ich hoffe wenn überhaupt einige von euch haben diesen glitch genutzt diesen bug noch bevor die version draußen war man sieht übrigens ich habe meinen pola halt endlich und ich werde die tage auf jeden fall ich bin zwar noch leicht erkältet aber ich werde die tage auf jeden fall wieder normal eisig aufnehmen und ja dann wünsche ich euch noch einen schönen tag und sage bis zum nächsten mal ciao bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Vielen Dank.